Musik Ich bin jetzt in Hof Geismar auf dem Gesundbrunnengelände vor dem wunderschönen Schlösschen Schönburg, das auch mit Denkmalschutzmitteln des Bundes, für die ich mich einsetzen konnte, so wunderbar innen und außen saniert wurde. Natürlich würde ich auch in Zukunft gerne für die Heimat in Berlin kämpfen, um solche Dinge wie Denkmalschutzprojekte, Denkmalschutzgelder für die Heimat zu akquirieren. Musik